Sollte, willkommen zurück zu Rap. Wir sind hier im, äh, Dings, äh, 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 im Bürgerkrieg, genau, äh, ja. Der Modus wird einfach so selten gespielt, da ist mir der Name kurz entfallen. Ähm, ähm, wir sind zu viert. Ja, wir sind zu viert, aber das wird sich hoffentlich ändern. Und, ist euch eigentlich aufgefallen, oh mein Gott, sieht Joben, na toll, weg mit der Scheiße. Oh, das war ein netter, äh, netter Double Down. Ähm, ist euch eigentlich aufgefallen, dass man auf YouTube, äh, jetzt keine Bulletins mehr posten kann, zumindest finde ich es einfach nicht mehr, aber ich glaube, das haben sie echt abgeschafft. Also, ihr wisst schon, wenn ich dann immer geschrieben habe, heute gibt's kein Video, bla 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 bla, das kann ich jetzt offensichtlich nicht mehr machen. Deswegen wundert euch nicht. Hallo, Brink! Triff einfach! Bim! Skiller Aim! Naja, das war nicht so Skiller, das war schon eher Skiller. Mit der Axt weggeaxt. Geaxt. Oder gehackt. Ich könne! Ähm, Frank. Na, was geht ab? Jetzt warte doch mal. Du kannst eh nicht gewinnen, sieh's ein. Das hat nicht gekillt. Okay. Daneben die Axt der Exekution. So. Ich hecke den mal ausnahmsweise. Noob Cry Camper Spy. Äh, was? Was? Camper? Camper? Was heißt hier? Camper? Ich lauf rum, ich steh keine Minute still. Crap. Ja, du bist alleine. Herzlichen Glückwunsch, das Match ist kacke. Die Verbindung ist arschgut, aber mit einem Gegner macht das keinen Spaß. Nee, echt nicht. Naja, ich glaube, ich suche da mal ein neues Match, ne? Irgendwo müssen die anderen ja alle hingegangen sein. Und dann sehen wir uns hoffentlich sehr bald wieder. Yeah, eine Glendianzeinheit in der Ecke. Und ja, ist mir scheißegal, ich gehe. Also Leute, wir sehen uns dann gleich. Ja Leute, es gibt kein anderes Match, aber wir haben einen Daddy als Gegner. Also dürfte das Ganze nicht so langweilig sein. Und er ist ganz hier in der Nähe. Ganz hier in der Nähe. Nämlich genau da. Da. Seht ihr ihn? Da oben. Ähm, ja. Ich hoffe einfach, die Dobby füllt sich. Wenn sie das nicht tut. Ich wusste es! Ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst. Ich hab's mir genau gedacht, dass dann so eine Kackmine ist. Und trotzdem lauf ich rein. Ja, mein Score ist jetzt natürlich zurückgesetzt worden, aber... Naja, ich komm drüber hinweg. Und, ähm... Ja, wenn sich das Match nicht füllt, die Dobby, dann... Haben wir leider Pech gehabt. Mal wieder. Ich glaub, der Strich trich ist host. Und da es ja ein Deutscher ist... Ist die Verbindung so gut, aber... Hi. Headshot. Oh, er ist überhitzt. Meine Chance. Ich kann trotzdem lieber weg. Oh, der bleibt einfach stehen, oder? Jo. Hey. Den geblieben. Bitte. So, bloß weg von dem Fass da. Das ist sehr gefährlich. Schön aus der Distanz immer draufballern. Wo ist er denn? Wo ist er? Oh! Oh! Glück gehabt. Da oben hab ich ihn gesehen. Nein. Nein. Besser nicht. Besser nicht. Ich glaub, ich lauf ihm in die Arme, aber... Vielleicht umarmt er mich dann wenigstens. Los, Guide. Du hast nen Tube. Hau rein. Ich hab Angst. Oh, hi. Hi. Da kann man nicht durchschießen. Hallo. Hallo. Hi. 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 Oh, er kommt. Er kommt. Er kommt. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hey. Oh, Hilfe. Okay. Alles gut. Alles gut. Ich mach jetzt sein Geschütz kaputt. Und zwar von hier aus. Bam. Bam. Da siehst du mal. Bam. Bam. Das müsste dann jetzt bald kaputt sein. Hallo? Wie bitte? Treffen tu ich's doch. Aha. Also. Hallo, Daddy. Ich schieß dir die Schildedecke weg. Der rafft ab nicht, ne? Jetzt hat das gerafft. Besser abbauen. Ich muss eigentlich die Daddy-Klasse rauspacken, aber... Nja. Dazu müsste ich ja erst sterben. Und wie ich halt so bin, tue ich das einfach nicht. Was die Gegner auch machen. Ich sterbe und sterbe und sterbe nicht. Ich bin einfach zu gut. Oh, oh. Oh, oh. Die bedrohlichen Fußschritte. Wo ist denn der? Da. Drinnen. Ja, da. Oh, ich hab keine Muni mehr. Warum sagt mir das niemand? Los, Guide. Los. Oh ja, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Es laggt. Weiß er. Wo bin ich? Hilfe. Jetzt laggt es auch noch. Das gibt es ja nicht. Was ist das denn? Der Automate schuld. Los, Daddy. Äh, ich meine los, Guide. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Ich geh da jetzt rauf. Hi. Oh mein Gott, das hab ich ganz vergessen. Flieg. Ähm, dann nehmen die hier. Tja, du bist am Arsch. Oder? Kann er weglaufen? Ich glaube, er konnte sogar weglaufen. Kannst du es bitte aufhören zu legen? Bitte? Oh, da. Hallo, Daddy. Daddy. Oh nein. Ich bin gar nicht da. Das war ich nicht. Hallo. Nicht weglaufen. Bam. Jetzt warte doch mal. Wir können, wir können darüber reden. Kommt er da? Kommt er? Kommt er? Kommt er? Kommt er? Kommt er? Nö. Irgendwie nicht so. Wo ist er denn? Der ist doch da runter gegangen. Oder baddeln die sich? Naja, das ist auch mal ein interessantes Match. Hm. So ein Game Mode, wo irgendwie... Einer alleine als Daddy gegen alle anderen kämpft. Wäre doch auch cool. Dann irgendwie so mit dreifacher Gesundheit oder so. Ohne überhitzen. Doppelte Feuerrate. Irgendwie sowas. Oh. Und da ist er weg. Dann ist das Match ab jetzt wohl langweilig. Super. Ja, da guckst du was. Da guckst du was. Ja, 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 ja. Da guckst du was. Ja, ja. Ja, ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Der Ritt des Krei. Der wahre Ritt des Krei. Tja. Da ist er. Seht ihn euch an. In freier Wildbahn. Im Gründnis Todes. Schlägt schon wieder zu. Ähm. Es hat alles keinen Sinn mehr. Ich lebe. Es hat doch alles Sinn. Aber dieses Match nicht. Leute. Ja, aber die ganze Nacht wollen wir hier bitte nicht bleiben. Ne. Also. Oh, 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 oh. Was sehe ich denn da? Ne. Ich dachte gerade, wir hätten zwei Gegner. Aber der wird einfach nur gejagt. Okay. Ähm. Bis gleich. Okay. Ähm. Es sind wirklich keine anderen Matches zur Zeit da. Deswegen machen wir jetzt was, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Wir gehen jetzt aparte. Und hören uns ein paar Nachrichten an. Zum Beispiel die Level 40 Nachricht, die wir noch gar nicht angehört haben. Ja, ja, ja. Haben wir 38 schon? Ich glaube schon. Jedenfalls Level 40. Die allerletzte. Ist das die letzte? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Ja, dann, äh, low shit. Willkommen, willkommen, willkommen. Und herzlichen Glückwunsch, Freunde. Wir sind keine Freunde. Wir sind ein ganz besonderer Tag. Ab sofort dürfen sie sich als Diamond. Ja, die Technik wie immer einwandfrei bei Sickler Solutions. Äh, wunderbar. Das ist die beste Nachricht, die ich je bekommen habe. Cool. Das ist die Belohnung für all mein hartes Aufleveln. Ich bin so erleichtert. Sehr erleichtert. Okay. Tja, dann hier. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, hatten wir die schon? Den Sigo hatten wir noch. Ich glaube, Sigo hatten wir die beiden, oder? Oder? Ich weiß gar nicht. Scheiße. Ne, die hatten wir auch schon. Das weiß ich. Die beiden noch nicht, oder? Meine Fresse. Das weiß ich echt gar nicht mehr. Ähm. Das hier. Nein, das hatten wir schon. Halt die Fresse. Ähm. Dann sind wir, glaube ich, hier stehen geblieben. Wie die anderen. Die Theater sind geschlossen. Und ich bin allein. Ein Leben ohne Bühne. Das war für mich immer eine Plage. Menschen enttäuschen mich. Aber Figuren? Oh, in ihnen kann ich mich verlieren. Kann frei sein. Ich bin selbst schuld an meiner Isolation, das weiß ich. Aber so bin ich eben. Ein vereinzeltes Wesen. Aber vielleicht kann ich mich ja neu erfinden. Mit Adam kann ich vielleicht leben wie die anderen. Ignorant zwar. Aber nicht mehr allein. Ich bin mir nicht sicher. Hatten wir das schon? Wenn nicht, dann habt ihr es jetzt gehört. Und wenn schon, dann habt ihr es jetzt zweimal gehört. Okay. Ich weiß. Ich bin sehr offensichtlich. So, ähm. Ich glaube, den hatten wir auch schon geliebt. Den Kätzchen, ich bin mir nicht sicher. An der Oberfläche hatte ich eine Menge Katzen, alle möglichen Rassen und Größen. Keine Frau der Welt könnte mich je von meinen Kätzchen trennen. Und da will mir der alte Andy Ryan erzählen, ich kann meine Lieblinge nicht mit dir runterbringen. Ha! Tja, sorry Andy, aber du bist nicht mein Daddy. Keiner sagt mir, was ich zu tun oder zu lassen habe. Richtig. Ich bin dein Daddy. So. Party-Bekanntschaften. Jetzt geht es richtig ab, Leute. Jedes Problem lässt sich lösen, wenn man die richtigen Leute kennt. Gestern habe ich bei meiner Party einen Mann namens Frankie Fontaine kennengelernt. Und dieser Frankie wird mir helfen, meine Mietze-Kätzchen hier runter zu schmuggeln. Er hat auch was ganz Neues zu der Party mitgebracht. Etwas absolut Unerhörtes. Eine Art Wunderdroge namens Adam. Unerhörtes. Unerhörtes. So, und jetzt Louis-McGraph. Kriminelle Welt. Fontaine hat mich ja nicht wegen meiner tollen Fähigkeiten als Hafenarbeiter hier runtergeholt. Er brauchte Kerle, die den Mund halten können. Ich sehe das so. Jeder ist auf die eine oder andere Art und Gauner. Und wir, die es zugeben, haben dem, die es nicht zugeben, was voraus. Laut biblischem Verständnis sind ja tatsächlich alle Menschen Sünder. Was man davon halten soll, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nicht sehr viel auf jeden Fall. So sieht es zumindest bei mir aus. Okay. Merkwürdige Vorgänge. Seit sechs Monaten sitze ich jetzt in dieser winzigen Dreckszelle hier. Und ich sage, hier geht was Seltsames vor. Heute zum Beispiel. Ich wache auf und Nacktes ist nicht in der Zelle. Dann kommen diese Wissenschaftler Fritzen und schleppen so eine Metallmontur mit sich um. Gleich darauf höre ich Schreie. Ich habe ja schon so manchen in die Mangel genommen. Aber so hat doch keiner gebrüllt. Tja, die haben wohl einen Deli aus ihm gemacht. Mein lieber Louis. So, die letzten drei von jedem zeige ich euch, waren anders. Später, 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 später. Ähm, ja, ich werde jetzt nochmal versuchen, ein Match zu finden. Obwohl, die Statistik, die haben wir auch lange nicht mehr gesehen. So, Siegel 50, Niederlagen 45. Damit kann ich leben. Kopfschusskills 82. Bevorzugte Waffe. Shutgun. Dann die Atkins. Okay. Sprint. Tiefschoner. Äh, 14 Stunden 36. Ja, ja, ja. Alles klar. Okay. 25,8. Naja. War schon mal besser. Na gut. Ja, das ist gar nicht so übel. Die Kill, äh, die Gestorbenen. Die Gestorbenen. Genau, die Gestorbenen. Die Tode haben ein bisschen zugenommen. Aber sonst, ja, bin ich zufrieden. Sag ich mal. Außer mit dieser Tür. So, ähm. Dann suche ich jetzt nochmal ein neues Match. Ich hoffe, ich finde eins. Wenn nicht, hat dieses Spiel ein ernsthaftes Problem mit mir. Los geht's. Los geht's. Los. Das ist, verlappt nochmal, immer noch dieselbe Lobby. Aber das Match ist aus. Okay, Leute. Ähm. Erstmal mein Adam hier. Mein wohlverdientes Adam. Möchte ich bitte haben? Weißt du, ich kriege keinen Adam. Okay. Okay. Wir sehen uns jedenfalls gleich. Ja, also. Ja. Bis dann. Hoffentlich mit mehr Spielern. So, Leute. Ähm. Das Match hat gestartet. Aber. Ich weiß nicht, ob wir jetzt großartig mehr als vier sind. Ich glaube fast nicht. Nein. Okay. Aber Optonic ist jetzt dabei. Und Optonic ist ins Prestige gegangen. Sehr schön für Optonic. Wir, ähm. Es leckt. Oh nein, Herrgott. Es leckt. Es leckt böse. Au, 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 au. Gebt das her. Gebt das einfach her. Lass uns töten. Irgendwo müssen sie ja sein. Irgendwo müssen sie ja sein. Hallo? Ich sagte, irgendwo müssen sie sein. Da! Alter, was? Alter, alter, was? Alter, was? Ich stand doch an der Kante. Wie können diese verdammten Lexus wagen, mich zurückzulegen? Na, warte, Optonic. Schnauze geschützt. Oh, das will ich haben. Genau, das wollte ich haben. Hi, Optonic. Ich seh dich da. Ja, ist ja gut. Beruhig dich. Keine Chance gegen das MG. Genau, leg dich hin. Leg dich hin. Ruhe dich aus. Gönn dir ein Bäuschen. Hm, ihr seid zu zweit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Tubes. Oh mein Gott, Tubes. Oh ja, 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 Tubes. Los, geil. Ich mach das. Oder auch nicht. Wo ist er denn? Wo ist Wilkins? Da unten. Wilkins. Wo ist Wilkins? Eins. Da. Oh. Da muss der QT eingreifen. 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 Haben wir jetzt der, die oder die? Wir haben. Sehr gut. Dann haben wir ja eine reelle Chance, wenn es nicht so lecken würde. Das wäre echt schön. Aber es war schon schlimmer. Möchte ich nur mal betonen. Alter Schwede. Das ist mein Tod. Ja, das ist, das ist, das ist wirklich, äh, ja. Ja, genau deine Arbeit. Genau, Tuben. Genau. Nein, du hast, du hast echt gar nichts. Du hast nur Tubes, die stärkste Waffe im Spiel, aber okay. Naja, ich will es die stärkste Waffe nennen, weil es einfach die nubigste Waffe ist. Schluss jetzt. Schluss. Ja, und dann brennst du halt ein bisschen. Und, was ist so schlimm daran? Gottverdammt, Schnauze jetzt. Ja, will ich auch gemeint haben. Hallo. Nicht lecken, bitte. Hacken. Oder so. Ja, das sind wieder wunderschöne Lecks. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Wunderschön. Alter. Wie hat er denn das gemacht? Das kann doch gar nicht in der Hand explodieren. Wäre mir zumindest neu. Vereint, ja, genau, vereint. Mit deinem tollen Teammitglied. Oh, ihr seid ja inzwischen drei geworden. Wenn jetzt nur noch der Host derselbe wie vorher wäre, dann wäre es echt fantastolös. Oh mein Gott. Ähm. Ja. Oh, das war ein Headshot. Nice. Nice, äh, Skillshot. Oh mein Gott. Doch, krieg ich. Krieg ich. Krieg ich. Tot. Siehste? Tot. Oh, ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp. Aber gekonnt. Ja. Meine Säfte strömen. Aber das war zu erwarten, dass ich da viel Schaden fressen werde mit Tubes im Nahkampf. Das ist ja beinahe schon offensichtlich. Oh mein Gott, was machst du denn da? Bleibst du jetzt etwa da? Juhu. Oh nein. Oh nein. Nein. Nö. Nö. Ach ja, du willst mehr? Hui. Das hast du davon. Nö. 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 So geht man aber nicht mit dem Gastgeber um, Leute. Ob du nicht? Ob du nicht? Los, das war ein Kittel. Komm schon. Ach so, der ist raus. Okay. Tschö, tschö. So, mach die Scheiße da weg. Was geht hier? Oh. So, der schießt auf die da oben. Na gut. Dann bin ich hier unten wohl falsch. Na, 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 na. Der Part wird wieder zu lang. Oder? Ja, wird da. Naja, was auch immer. Los, hack die Scheiße. Ja, genau. Hack die Scheiße, du Scheiße. Und jetzt klaue ich dir den Daddy einfach hinter dem Rücken weg. Nice. Ja. Los geht's, Leute. Los geht's. Oh, da gibt's Ärger. Da bringt jemand meine Kinder um. Das. Ach, verdammt. Wenn du nicht so strunzenblöd wärst, dann hätte ich dich gekriegt. Killed. Na schön. Wir haben's mit Stronsblöden Möchtegänz zu tun. So, ich spüre hier unten, es sind Gegner. Spüre ich einfach. Da drin. Überraschung. Oh, ey, 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 ey. Ich brenne nicht, natürlich, 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 natürlich. Wat? Ach, da. Ja, ja, das hat Wiccns, yeah. Aber der eine ist in der Wille 1, der tut mir ja ein bisschen leid. Jetzt kommt schon, Leute. Wo seid ihr denn? Irgendwo müssen sie ja spawnen. Ja, die machen da hinten ran, der, ey. Komm schon. Macht halt gegen mich ran, der, ey. Komm schon, komm schon, traut euch, traut euch. Mann, hab ich jetzt Bock auf Gummibärchen. Ah, Hilfe, 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 hier. Wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte eigentlich schlagen, aber auch okay. Du wagst es, mich anzuzünden. Du miese Schwein. Oh, der ist neu. Komm da raus. Ja, das bringt auch nichts. Oh, das, das bringt vielleicht schon was. Jetzt töte ihn. Alter Schwede. Schmeiß die Minen, Kumpel, schmeiß die Minen. Noch eine da hin. Noch eine dorthin. Und noch eine da hin. Und wenn wir schon dabei sind. So, und jetzt verküche ich mich hier. So, hier auf dem Operationsstuhl. Und lass mich töten. Na, ich knie mich erst hin. Hilfe. Hilfe. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Lala, lala, lala. Ich glaube, eine Letroboard reicht, um mich auszuschalten. Na los, Leute. Es fehlt nicht mehr viel. Oh, da hinten geht's ab. Komm schon. Ja. Sneaky, sneaky Daddy. Sei der sneaky Daddy. Oh mein Gott, der wird mich töten, wenn er mich sieht. Los, hack das Geschütz. Los. Tu's einfach. Tu's einfach. Du tust es tatsächlich, du Vollidiot. Ja, dieses Geschütz ist einfach zu verlockert. Ten, 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 daddy. Oh. Oh. Nicht schlecht für einen Level 1er. Nicht schlecht. So, der Part ist jetzt schon zu lang. Und da ist ein Houdini-Fritze. Und ich legge. Warte mal. Das wird ein Skill, der gar Headshot oder auch nicht. Nö. Du nicht. So einfach. Oh, den hätte ich richtig schön weggepumpt. Den hätte ich richtig schön weggepumpt. Naja, nächstes Mal. Hui. Au. Heu nicht. Pussy. Dann wird der Part eben ein bisschen länger. Ja, das ist wunderbar. Da kann ich echt viel machen. Viel machen kann ich da. Los, Team. Gut gemacht, Team. Gut gemacht. Super, Leute. Super. Ich streng dich halt ein bisschen mehr an Leslie are followers. Ja, genau. Und ich meine ich. Oder siehst du hier noch einen anderen Leslie are followers? Ich glaube nicht. Wiggins. 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 Hui. Campchator jemand? Camper? Nö. Dann hack ich das mal. Habe ich nicht irgendwo tödliche Maschinen? War das nicht sogar hier? Ja. Warum hack ich dann so wenig? Da muss ich doch erschlau sein und hacken. Autsch. Das war ein Long Range Pump. Das sehe ich an einem enormen Schaden. Hallo? Hallo? Sneaky oder was? Los, Geschütz. Los, Geschütz. Zu spät, Geschütz. Gut gemacht. Achso, das ist nicht mein Geschütz. Achso. Das wusste ich nicht. Wie hast du? Was hast du gerade gesagt? Hast ein böses Wort in den Mund genommen. Ein böses, böses Wort. Los, Geschütz. Los, Geschütz. Los, Geschütz. Los, Geschütz. Das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Was? Was? Genau, Daddy. Schau das Geschütz an. Schau es nur eindringlich an. Genau. Das wird richtig viel helfen. Daneben. Hi. Voll daneben. Schon wieder nicht bekommen. Vielleicht würde ich den ersten getroffen hätten und einfach mal Schadensboni mitnehmen. Komm schon. Ich bin so froh, dass du tot bist, du Heilungke. Yeah. Nein. 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 18 Kits, ich bin schon wieder nah. Der 25 dran. Nee, nah. Das ist übertrieben. Sehr übertrieben. Sogar. Nö. Da oben läuft Strich, Strich rum. Strich, Strich, Strich. Das sind wir. Oh, hast du hier? Ich bin gekillt. Das ist geil. Naja, doch. So. Hier drin höre ich jemanden. Oder? Nee, der ist über mir. Der steht voll über mir. Sehr verwirrend, diese Geräusche. Der Part ist zu lang. Der Part ist zu lang. Der Part ist zu lang. Zu lang. Es leckt wie scheiße. Es leckt wie scheiße. Und es macht mir rein gar nichts aus. Nur ein bisschen was. Gut gemacht, Skye. Gut gemacht. Jetzt komm schon, Spiel. Reiß dich zusammen. Das bisschen dann auch. Komm schon. Komm schon. Bitte. Tu es für mich, Spiel. Tu es für mich. Okay. Okay. Schau ihn dir an. Willst du so endlich spielen? Ich glaube nicht, dass du das willst. Niemand will das. Schwebekünstler. Okay. Wie auch immer ich das geschafft habe. Das waren nie und nimmer fünf Sekunden gerade eben. Wie zur Hölle. Aber egal. Ich hab's geschafft. Ich bin einfach Gott. Nenn mich Gott. Ich würde sagen, wir gewinnen. Und ja. Ja, da könnt ihr dich mithalten, Leute. Da könnt ihr nicht mithalten. Nordic Goddess. Hallo. Im Gegner-Team. Naja, auch die wird's nicht mehr retten können. Sage ich mal. Einfach keine Chance. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haha, das gleiche nochmal, Freundin. Diesmal mit Headshot. Tja. So sieht's nämlich aus. Und der ist tot. Ja. Schach ist was Schönes. Ja, ey. Ey, ey, ey. Bin ich etwa genau neben einem Gegner gespawnt? Nö, der ist schon wieder über mir. Ja, letzte Minute. Was ist denn da los? Ja, Skyf macht deine Headshots. Er ist trotzdem schlechter als ich. Mir würden drei Kills fehlen. Los, Geschütz! Ja, da ist der Erste. Komm schon. Zwei noch. Geschütz, mach einfach zwei Kills. Komm schon. Ja. Nein, Tubes. Oh. Skill. Skilliger Skillshot. Skilliger Skillshot. Komm schon. Einen noch. Heilige Scheiße. Da ist der. Dein. Los, Geschütz. Bitte. Ja. Nice. 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 Wie nice einfach. Wie nice. Geschaut. Wie nice. Jetzt habe ich das geile Achievement. Ha. Oh, Pound. Ja. Oder du hast dich selbst gepound. Bam. Ja, zu hart selbst geohnt. Los. Hier spüre ich noch. Kids. Ja. Will ich auch gemeint haben. 28, 9. Pure Zerstörung. Pure Zerstörung, Leute. Und die Verbindung war nicht die beste, wenn wir mal ehrlich sind. Also, haha, da müsst ihr schon zugeben, dass ich ein richtiger Gott bin, ne? Boah, Alter, schau dich an, wie viel er denn einfach. 1910. Alter, Schwede, ist das viel. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie. Ne, mit 600 ist schon viel, aber fast 2000. Ich bin, ich bin der King. Loser, 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 Loser. Ciao, Leute. Ciao. Tja, der Part ist viel zu lang, aber Leute, ich hoffe, das macht euch nichts. Wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.